Ich bin völlig überwältigt, krasse Scheiße, so viele unglaublich tolle Menschen an einem Ort versammelt. Und so viel Rauch. Und so viel Rauch. Man kann überhaupt nicht flüchten. Ich komme einfach hier rüber, vielleicht kommt der Rauch da mit. Wir feiern heute meinen Geburtstag. Ich bin zum 6. oder 7. Mal 29 geworden. Wir feiern heute 40-jähriges Bestehen meiner Band. 40 Jahre Timeless Rock Music. Ihr müsst euch schon ein bisschen warm machen. Also ich sage es nochmal, wir feiern heute 40 Jahre Timeless Rock Music. Wir feiern heute 10 Jahre CJ Parker. Mit Ihren eigenen Worten, Sie haben die Grundschule überstanden und können jetzt ins Leben rausgelassen werden. Wir feiern heute 9-jähriges Bestehen von Imperial Council. Und last but not least feiern wir auch, die Jungs sitzen da drüben, 30-jähriges Bandjubiläum von den Shanky Brothers. Somit kommen wir auf eine unglaubliche Zahl, wenn ihr mitgerechnet habt, von 125 Jahren. Das ist voll die fette Jubiläumszahl. 3,47 Euro habe ich gezählt. Dann gibt es auch noch was Trauriges zu feiern. Wo? Komm her. Komm her. Ich bin nicht Eisbär. Warte, ich muss euch dazu noch eine kleine Anekdote erzählen. Eisbär, wo geht es eigentlich zum Strand? Der Eisbär verlässt nach 9 Jahren Bandleader der Band Imperial Council. Schweren, 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 schweren Herzens die Band, weil er wegzieht. Das feiern wir aber heute auch, weil Eisbär verdient, dass man ihn feiert. Aber heulen könnt ihr gleich, wir machen jetzt erstmal Musik. Jetzt schon mal ein großes Danke, bevor ich das vergesse, an Frank und sein unglaubliches Team vom Partywaggon, dass diese Party hier stattfinden kann. Ja, genau. Es ist mein Geburtstag und ihr müsst nämlich singen. Ich würde sagen, die Band gibt vor, oder? Geburtstagstädchen. Ich würde sagen, die Band gibt vor, oder? Ich würde sagen, die Band gibt vor, oder? Ich würde sagen, die Band gibt vor, oder? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Seid ihr bereit? Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jessica!